Wir sind der Cap'n's Darts Club in Berlin. Wir sind dieses Jahr angekommen in der ersten Darts Bundesliga und da in der Nordstaffel. Uns zeichnet aus der ganz spezielle Zusammenhalt der Team Spirit. Irgendwo natürlich auch unser Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit ist als Gruppe von Darts Bekannten, die mittlerweile mitunter beste Freunde geworden sind, das von der untersten Liga innerhalb von vier Jahren in die Bundesliga geschafft zu haben. Wir sind in der vergangenen Saison verlustpunktfrei Meister der zweiten Bundesliga geworden, haben den Berliner Pokal gewinnen können und daraufhin als Vertreter Berlins dann auch sogar den deutschen Pokal gewonnen. Ich hoffe natürlich, dass irgendwo unsere sportlichen Erfolge den Ausschlag geben können. Darüber hinaus ist im Darts Sport natürlich so, dass es noch eine Randsportart ist und das Thema Sponsoring nicht ganz so einfach ist und da würde uns das Preisgeld, sofern wir dann welches gewinnen würden, schon weiterhelfen und da auch einfach ein oder vielleicht sogar zwei sorgenfreie Saisons zu haben. Verse 10 2 4 4 4 5 5 5 6 16